Das Panzerregiment 8 ging 1956 aus dem Kommando der kasernierten Volkspolizei in Prorai hervor als Teil der motorisierten Schützendivision 1964 wurde das Regiment nach Goldberg verlegt die militärische Nutzung wurde 1995 aufgegeben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020